Achtung, frisch gestrichen. Leipzig hat seinen Lieblingsmaler, Zander. Das Familienunternehmen mit Tradition ist echte Leipziger Schule und Spezialist für innere Werte, genauso wie für Äußerlichkeiten seit 1979. Maler arbeiten mit Perfektion? Kein Problem. Raumgestaltung zwischen Stuck und Blattgold? Eine Lieblingsaufgabe. Sanierung und Fassade? Versteht sich von selbst. Zander lebt und liebt das Handwerk. Man könnte sagen mit Stiel und Borsten. Denn die Zander-Fachkräfte sind mehr als langjährige Mitarbeiter. Sie gehören zu einer kreativen Familie. Bestens ausgebildet und mit viel Erfahrung. Denn Farbe verpflichtet und Begeisterung färbt ab. So wundert es auch nichts, dass Zander Stil und Technik beherrscht wie den Umgang mit Pinsel und Farbe. Und eine ganz besondere Liebe zum Detail pflegt. So werden auch schon mal antike Tapeten mit handgemachten Schablonen restauriert oder Originalfarb-Pigmente für höchste Originalität angerührt. Und auch im Bereich Neubau weiß Zander, wo der Pinsel hängt und gibt ihrer Wohnung, ihrer Immobilie und ihrem Gewerbe das passende Flair. Handwerker Ehrenwort. So schafft Zander Atmosphäre und mit der Mischung aus Tradition und Modernität einen ganz besonderen Stil. Von der Planung bis zur Ausführung. Überzeugen Sie sich auf www.lieblingsmaler.com. Malerfachbetrieb Zander. Wie gemalt.